Ein Fakt. Nur 20 Prozent vom Eisberg sind sichtbar. Das bedeutet in Bezug auf deine Mitarbeitenden, dass du gerade mal nur die Spitze des Eisbergs siehst. Denn 80 Prozent befinden sich unter der Wasserrohrfläche. Die sichtbaren 20 Prozent repräsentieren offensichtliche Aspekte. Also die alltägliche Arbeit, das Erscheinungsbild oder Interaktionen. Doch unter der Oberfläche befinden sich unzählige Informationen, zum Beispiel Werte, Gefühle, Erfahrungen und Hintergründe. Hier liegt also eine Welt voller Talente, Fähigkeiten und Potenziale. Lasst uns gemeinsam diese verborgenen Schätze entdecken. Es ist Zeit, hinter die Kulissen zu schauen und die 80 Prozent zu entdecken, die sonst immer übersehen werden. Bist du bereit, auch das Potenzial deinem Unternehmen zu entdecken? Dann kontaktiere uns!